Der Reifegradprozess bei unserer Security-Lösung heißt, dass unsere vier Produktbereiche, also diese Multi-Faktor-Authentifizierung, die Firewall-Security, die Endpoint-Security und die WLAN-Security, ineinandergreifen. Die unterhalten sich also miteinander. Also, wenn am Endpoint irgendein Angriff stattfindet, dann ist es nicht so, dass die Firewall wieder neu dazulernen muss, sondern die Infos kommen vom Endpoint direkt zu Firewall, sodass sie schneller voneinander lernen und sich natürlich gegenseitig schützen können. Das hat den Vorteil für den Endkunden, dass er deutlich schneller auf der sicheren Seite ist, als wenn jeder Bereich für sich selber betrachtet werden kann.